Das ist wieder ein Interessiert heute Morgen, ne? Gerhard, Anfrage für heute. Speed. So muss es liegen heute auf der Piste. Unser Skilehrer kommt. Ah, herrlich. Wedel, wedel, wedel. Super. Geil. Was ist das, Otte? Nein, Heinz Werner. Heinz Werner. Der Mann mit den Zusatzpunkten. Souveräner Stil, setzt alles konsequent um, was gesagt wird. Typischer Siemens-Manager, knallhart auf der Piste und auf anderen Wegen. Nimmt jede Bodenwelle, wie sie kommt. Souveränen. Jawoll. Souveränen. Hey. Sehr schön. Jetzt kommt unser Flieger. Ottmar, Ottmar. Und er fliegt, fliegt, fliegt. Die alte Schule, Arlberg-Stempfung. Jawoll. Super. Langlauf-Techniker sind unverkennbar. Super. Sehr gut. Sehr gut. Spitze. Sauber, sauber. Jetzt Gerhard, Gerhard. Gerhard. Eisenmann. Im Schussfahrt. Genau. Und seine unnötigen Bewegungen. Stockeinsatz lässt sehr zu wenig übrig. Antäuschungsweise. Ich hab auch Stöcke dabei. Knallhart nachgefragt, wie immer. Ich hab mir grad gedacht, der Eisenmann braucht kein Schwingel machen. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Steh! Stehversuche! Mein absoluter schlichtig Schüler. Steigerung um 100%. So, jawoll. Stockeinsatz! Stehversuche! Brauch ab und zu den Anschissbezüge. Stockeinsatz! Die falsche Stocksette! Hey! 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 Hey, Tata! Hey, mach das! Ist der Wind? Auf? Auf? Zeig dir mal jetzt was. Zeig mal! Jawohl! Du stehst mitten im Bild. Jürgen Gürtel. Ja. Ah Reinhard, super renn! Jawohl, tief in die Knie. Jawohl! Nicht zu glauben, wenn er gefühlen wird, fährt er gut. Ich habe mich Kamerateam fortfassen, gut! Ist da gewohnt!